hallo und herzlich willkommen zurück zuletzt für 3 multiplayer modus und zwar auf operation metro team das match war was ganz anderes ich habe eigentlich gerade gedacht jetzt kommt noch mal so eine geile runde golf auf golfer nummern da habe ich aber total verschissen war sowieso egal wie ich gesnippt wie man gerade sieht man sehen was hier so abgeht ich spiele nicht so viele verschiedene maps also eigentlich bei den gleichen vor allem close quarters etc macht mega fun finde ich hier die machen schon mal kills ich bin noch überlegen was ich mir der suche hier nehme ich dann hast du in der schlaue ich glaube ich gehe mal mit einer schönen klima auf die ich glaube das macht man ja doch dass das gut hier wollen wir sehen wo die gegner es hier sind nicht mehr erst eine klima setzen warum sitzen jetzt da oben durch faschen so ich weiß hier nicht so genau wie die sport sind bin ich ehrlich bin ich weiß dass da hinten einer ist und so und auch ich habe gerade gespawnt bin aber ansonsten ich glaube man kann auch da drin nehmen ist born ich weiß es jetzt nicht ganz genau ich weiß dass da nicht wo die sport deswegen ist ein bisschen ratlos gerade man kriegt nicht erst mal markieren ich muss ein bisschen um die jagd gehen bringt ja alles nichts mit leben muss natürlich auch scheiß platziert wenn ich spawnen zu bleiben ja 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 aber fuck you bitch bonus bei sie ach ja ich wollte schon sagen das war überhaupt nicht verwirrt jetzt naja also hier spawnen wir das ändert sich auch erstmal nicht wie ich sehe bei anderen maps ändert sich das ja sekündlich wo sie die stecken wo sie die schlecht meine fresse ich habe so kalte hände jetzt kommen die ausregen genau das war so klar das war so klar wenn man übrigens den kill haben will übrigens sehr hilfreich bei team death bei team deathmatch auch aber vor allem bei ach wie heißt denn jetzt waffenmeister gunmars dann sollte man dann sollte man später anfangen zu schießen als seine teammates weil irgendwie kriegt meistens der den kill der den letzten hits also der den letzten hits jetzt kriegt natürlich den kill ist ja logisch aber der letzte ist halt meistens der der auch als letztes anfängt zu schießen das sollte man da vielleicht ein bisschen gucken ich glaube die sporen auch hier links und deswegen wird ja klar von da beschossen meine ich bin mir jetzt nicht sicher aber wir können ja mal gucken was hier so alles drin ist 300 tickets geht es glaube ich sind knapp in führung ziemlich nice in führung sein ist immer geil da läuft ich glaube ich habe gehört ich habe gehört was hier so geht wie sehe ich hier nicht so viele von denen schon gedacht jetzt wollen wir von der seite wird wir wollten mich doch verarschen wir eigentlich geplant auch noch dass übrigens mein kopf jetzt wird anfängt aber das muss wir leider müssen verschieben weil wir hatten eigentlich gedacht hier fällt das programm verrufen und so und dann machen wir mal alles schnell schnell und dann waren wir noch schnell vorbei ja und dann haben wir nicht mehr irgendwie in der woche das dann auch ein bisschen wenig zeit muss ich mal so bescheiße weil noch ein haben müsste man bischen gucken aber sollte irgendwann jetzt bald mal klappen also will ich zumindest hoffen das wird ich weiß noch nicht aber eigentlich sehe ich der sache doch ziemlich zuversichtlich entgegen alter ohne spaß jetzt wenn man nicht ziehen geht ja gar nicht doch scheiße können vorbei da killt er mich noch kleine bitch ja jetzt einer kopf dahinter nicht gehört alter du verkackter mongo ohne spaß jetzt ne ich schlicht also c4 hin zünde das und dann fällt das gebäude auf dich drauf marvin kackter mongo ganz ehrlich jetzt von jahren zu snipe mir sonst noch wünsche und schön junge hier läuft glaube ich nicht so auf einer lang aber egal ja ich würde schon sagen stirbt jungen da laufen bestimmt hinter jahren warte ich dir mal hier ach okay ist doch nicht daran gelaufen und man sehen hier wo sind die schnitten meine geilen bulettchen ich schieße jetzt wahrscheinlich schon kassiert wo einmal geschossen als dadurch schon tot die mit hat aber auch reflexe der war schon lange toll toll am arsch junge koop von da oben kleiner bitch hat einen kleinen bitch verdient ja für die aktion da oben rumcampen und so ein scheiß auch kein mensch uiuiuiui ist er jetzt nicht da reingekommen ich glaube ich spinne da war mein freaky hab ich gedacht, hat er mal klappen, stirbt, null ist wenig, null ist zu wenig, boah alter, ich bewege mich hier keinen millimeter weg machen die fett randale und so, am besten geiles bild jetzt so, ja so macht das spaß, geiles gameplay geil, endlich mal ne claimer, hat auch mal zeit, boah ich seh nix, äh, ja ist der jetzt hier reingerannt, oder hat der ihn gekillt, hat der ihn gekillt, motherfu, wo war der denn, alter der geht mir mal auf den sackel, ey, meine fresse, was soll der erste bei denen im team, ey, what a mother fucker, nicht, dass ich da war im spaß nicht, alter, unnötig, richtig unnötig, jetzt haben wir auch schon gleichstand hier, scheiße, das war jetzt aber ein verkackter spawn, gerade, was hat das denn, bitte, jetzt mal ganz ehrlich, jetzt mal ne granate rein, meine fresse, oh, alter, 100% hilfe, alter, leck mir die eier, keine jange, boah, jetzt hab ich dreimal hilfe bekommen, das ist ja öde, das ist ja richtig öde, boah boah, der was hier immer abgeht, oh, lol, lol, lol lol mh, dazu soll ich jetzt gar nichts, geilen Ton, ey das war jetzt richtig scheiß, ey, nicht mal claimer oder ey, warum bist du da eigentlich nicht reingerannt, ey, verkackter mongo und hier sind überall gegner 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 einmal rum ach am arsch ist doch scheiße ich kenne die verschissenen spawns hier nicht das ist doch scheiße so mongo ist hier meine frische klack gehabt ich hab den verdammte hake noch niemals gesehen das kann ja echt nicht angehen und klingt hier so ein baum rum aber das finde ich auch geil im battlefield soll jetzt wieder mal durchlaufen würde ich mal sagen schnell weg von der granate und da ich war ja auch wieder verwirrt manche hat es echt nichts für mich von hinten ist ja relativ safe weil da meine claim ausliegen und ein teammate von mir steht und beim squad ist das schon sogar sogar junge so denn boah da sind zwei nein nicht ohne kill ach fuck you warum kommt der noch von links äh ich saget euch gerade hier noch fett von der schule gekommen richtig böde eigentlich nur vier stunden gehabt so von der dritten bis zur sechsten aber das weiß ich nicht hatten wir gerade Mathe weiß ja nicht wie es geht mit euren quadratischen Funktionen aber mir liegt das nicht so obwohl ich eigentlich immer eine 1 oder eine 2 Mathe hatte das ist nichts für mich boah wie der krumm hängen ne immer alle hier das nervt doch keine ahnung ob da oben einer steht aber warum einer kann eine grenade reinwerfen mal oder oder was soll die claim kommen können ob wir die jetzt hinten überraschen können Übrigens wer noch geile Vorschläge hat für Spiele, die man jetzt fällen kann, so richtig geil, irgendwas, scheißegal, für Ruven, immer her damit. Immer gebrauchen. Ach, das ist der Gegner. Ja, dafür kriege ich noch Hilfe in das Auto. Ich habe gedacht, der hat mich nicht gesehen, das ist doch scheiße. Ich tippe immer auf die Blindheit von den anderen, aber das funktioniert nicht. Boah, ich muss ja das Fett gewinnen, ich bin einfach zu blöd gerade, das kann nicht sein. Ja, genau. Da ist es jetzt clear. Hammer nice, ich wusste, dass da noch ein gerannt kommt, ey. Das war sowas von klar. Alter, das kann, dass ich das immer in diesen Scheiß Treppenhäuser verliere, ne. Das kann doch einfach nicht angehen, verdammte Scheiße. Ich kriege da Toren, ey. Ich kriege das von uns Horn, ey. Mein Gott. Was ist denn für den Ping? Ich weiß nicht. Ja, genau. Oh, wie schade. Das. Der, der, 160 würde schon sagen. Der 90 Grad von mir weggekommen, konnte der mich verdammte Scheiße nochmal treffen. Ich hab die Scheiß-Fuck-Falsche-Waffe, das kann doch nicht sein. Ah. Fucking MP7, ey. Alter. Das ist ja echt unglaublich. So, jetzt gibt's auch so Maul, da hab ich keinen Bock mehr drauf, die ganze Zeit diese Duelle da zu verlieren. So einen verkackten Scheiß, ey. Ah. Ah. Hm. Was sind denn jetzt hier? Am Arsch, Junge. Trifft der mich noch? Wer trifft der mich ernsthaft noch? Loin. Alter. Ohne Spaß. Ich erinnere mich gerade an die Battlefield Friends Folge, wo der eine die Mass hat, Junge. Richtig geil animiert. Auf jeden Fall ein Tipp, wenn man das noch nicht kennt, einfach mal Battlefield Friends eingeben in YouTube. Findet man sofort. Und dann auch noch German Dub, also eine deutsche Übersetzung gibt's davon auch noch. Wer sich nicht in Englisch reinziehen kann, beziehungsweise das nicht versteht. Ziemlich fett, auch die deutsche Version ziemlich geil für mich. Boah. Hoffentlich läuft da wieder einer rein. Oh Gott, keine Reflexe, das ist echt schlecht, ey. Boah, leck. Genau. Warum krieg ich jetzt von hinten? Würdest du dich verarschen? Junge. Boah, du verkackter Fucker, ey. Der hat da hinten in dieser Scheißecke gekämpft. Ich kenn die Fickscheiße, ey. Kleiner Hund, ey, du. Boah, du Scheißenlacker, ey. Wie ich sag dir, Fuck you, Bitch. Fuck you. Geil, ey. Jetzt hol mich nochmal wieder. Hol mich wieder. Was ist der, ey? Boah, da kämpft der da. Ich glaub, ich spinne, ey. Wie dreist kann er eigentlich sein? Er hat's auch grad geleckt, ey. Perfekte Kombo. Krieg ich die... Ohne Scheiß. Das ist doch... Das ist doch Bullshit. Bullshit ist. Muss doch irgendwie... Irgendwie spiel ich falsch, ey. Das ist doch... Ich war nicht da einfach rein. Und snack mir den vom Hut, ey. Alter, ohne Spaß, ne? Was kann nicht sein? Wie ist der hinter mir da reingekommen? Und hat die Claymaus überlebt? Ohne die irgendwie kaputt zu machen oder sonst verdammte... Fuck, Scheiße. Das hätte ich ja gesehen, ey. Aber jetzt endlich mal wieder ein Kill hier. Meine Fresse. Das kann ja... Boah. Wie der sich bewegt. Wie der es leckt. Boah, das stresst mich das gerade. Meine Fresse. Mann, 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 Mann. Ich hab auch. Boah, ich schieße gerade so schlecht, ne? Das ist aber echt... Das ist ein Verbrechen, ne? Boah, ich kriege jetzt von hinten, ja. Ohne Spaß, Mann, ne? Hä, war da nicht noch einer? Weil da war noch einer. Oh, da war einer. Nice one. Hä? Was hat denn der denn jetzt gemischt? Mongo! Man hat doch mal Mongos im Team, ne? Wenn man nicht mit seinem Kollegen spielt, ähm... Ist alles vorbei. Oh, ich glaub, ich stehe schlecht. Ich stehe ganz schlecht. Lieber außen rum. Innen rum ist immer eine schlechte Idee. Egal auf welcher... ...verkackten hat man gespielt. Alter, da unten sind drei Stück. Mach mal den Mega-Jump, sagst du? Alles klar. Ja, jetzt ist es schon tot. Genau. Und zum Wünsche. Ah! Nein! Vergiss es. So, da hinten sind welche. Ich sehe es genau. Ich sehe euch hier. Kackenspielung. Homos! Alter! Von wo? Hier kann man schon nicht mehr hin. Da kann man nicht hin. Wo wollte ich denn jetzt damage bekommen? Ich hoffe für den, dass der tot ist, äh. Hui! Ha! Ich komm noch von gut. Hui! Hui! Nö! Wo ist jetzt hier drin? Oder 100%? Ich hab Angst. Nöke ist da, Junge. Nöke ist da. Verkackter Scheiß, ey. Ich bin neutral, ey. Voll. Ja, jetzt. Was soll ich denn denn Scheiß jetzt hier? Jetzt vercampen die sich ja wieder in dem Scheißhaus. Kann nicht sein. Ja, genau. Ja! Alter! Sonst noch wünsche. Alter, der wirft die einfach random da rein. Alles klar. Ich treff mal so ein bisschen. Okay. Fuck you. Junge, fuck you. Was ist das denn, ja? Hä? Boah, ich sag dir, ne? Geh weg. Wo bin ich denn hier? Ach hier. Ach. Boah, wie. Ich schieße. Huh. Nur zum Heulen, ne? Boah. Nice one. Warte schnell nach. Warte schnell nach. Warte schnell nach. Denk mal nicht. Ich seh's von hinten. Oh mein Gott. Stress. Nicht hinterherlaufen, du Ficker. Ich wusste es. Erstmal anlocken und dann... Fuck off drauf, ey. Leuchte es mal. Okay. Nicht auf jeden, ey. Das ist akzeptiert. Ich muss jetzt hier wieder reinkommen. Ne. Nicht so anders. Alles klar. Ab geht's, ey. Kein Bock, irgendwie negativ oder so zu enden, ne? Was ist das? Was ist das? Das ist ganz ehrlich. Ich will mich verarschen. Das hängt in der Luft, ey. Warum ist der da? Oh. Oh. Boah, Alter. Kommen wir mal aus dem Nichts, ey. Stirb. Nicht negativ enden. Ich hab keinen Schuss mehr. Oh mein Gott. So. China. Haha. Ja. Nat war intelligent. Intelligent, Junge. Manchmal kann man... Alter. Alter. Oh. Boah. Boah, Alter. Was soll ich denn sagen, ey? Ja, genau. Boah, ich... Ich sag's, boah, ich sag... Wenn ich den jetzt nicht bekommen hätte, ne? Ich schlaufe da durch so eine Claymore. Boah, 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 boah. Oder, äh, wenn's auch, ähm, Interesse stände. Wir haben ja schon mal gefragt und da meinte man vielleicht Hitman oder Prototype. Spaß, ne 48 Hilfe, würd's nicht verarschen. Also für Rufen jetzt als LP. Ähm, müsste man mal sehen. Aber gerne mehr Vorschläge. Rufen hat nämlich... Keine Ahnung. Ja, das ist nämlich ein Mongo ist. Das muss echt, äh, traurig sein, mir zusehen zu müssen. Nice one. Was, was, dich wegsnacken? Genau. So geht's. Und dann snack ich mir den. Hammer, nice. Äh, du sollst laufen. So soll das laufen. Zweimal komm mit Effizienz hier. Oh, nice. Das gefällt mir. So kann das weiter. Boah. Jetzt kommt die doch hin. Ja, jetzt zieh die noch ein bisschen besser. Bin auch nicht gut, aber immerhin besser. Jetzt hat er in meine Krämer reingelaufen. Hm. Hm. Ich weiß gar nicht, worauf ich die hingestellt habe, wenn ich ehrlich bin. Ich glaub, hier. Nee. Doch, da. Dahinten stand die. Hm. Okay. Keine Hilfe bekommen. Das ist komisch. Ba, 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 boom, 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 boom. Oh, drei mal hintereinander kommen mit Effizienz. Ich glaub, das hatte ich noch nie, ey. Und den krieg ich auch noch. Hammer, nice. Boah, das läuft doch mal gut, ey. Mein Gott. ich bin ja auch ein bisschen sprachlos ziemlich nice das gameplay am ende doch noch also zumindest die serie alles anders vielleicht nicht so ich hab gedacht die werden hier reingelaufen was nice one nice one nice one mama alter und wird's der nächste der mich killt ne wenn ich noch mal sterben sollte wovon ich mal eigentlich ausgehe der kriegt soviel bonus punkte da kriegt sowas von viel die bonus punkte oh nooo 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 So, laden, laden, laden. Jetzt noch eine Granate. Dann renne ich mal wieder los hier. Voll fette Muni eingesahnt. Eingesackt, abgesahnt. Eingesahnt und abgesackt, genau. Genau. Ja, genau. Oh. Das ist aber interessant. Jetzt mal ganz ehrlich, der war da oben. Da habe ich ihn doch hingelegt. Das ist so schwarz. Boah, ich wollte gerade schon sagen. Alter. Nice. Alter, ohne Witz, so eine Serie habe ich glaube ich noch nie gehabt. Also nicht ohne Wiederbeleben, einfach so und dann irgendwie fünf mal hintereinander kommen mit Effizienz hier. Das habe ich noch never, ey. Seid ihr fresh dabei und so. Das würde ich jetzt auch halten, wenn ich ehrlich bin. Würde ich jetzt nicht verrecken, ey. Das wäre jetzt richtig geil. So lange muss ich jetzt mal überleben, ey. Das ist voll fett. Hui. Ja, der eine, der eine Schuss kann ja mal das Leben retten. Hm, 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 hm. Ich geh mal hier. Uh, äh, kannst du mal bitte mich? Na, geil. Okay, der, der ist doch nicht. Egal. Scheiß doch. Vielleicht lässt er sich ja nochmal blicken. Ne, Lackas und so. Hallo? Hallo? Hallo, Rachel gemacht, ne? Ich bin einfach so gut, ach. Nein, Spaß. Scheiß drauf. Boah, Alter, ich habe schon gedacht. Da war ich aber ein bisschen weit entfernt, ey. Das wäre aber auch extrem gewesen, ey. Geile Pro-Runde und so. 40, 18. Alter, ich bin jetzt, boah, ich bin mit dem 18, 18 war ich. Und da habe ich gesagt, oh, ich bin neutral, voll scheiße. 22 Kills am Stück, das nenne ich geil. Ja, ich hoffe, man, nächste Runde geht es genau so wieder ab. Boah, fett, 30 Minuten jetzt voll. Meine Frau, der hat 97 Kills, genau. Sonst noch wünsche. Alter, war der beim Roadern, ey. Meine Fresse, oh, ich bin auf jeden Fall noch besser als dieser Ubao-Brr. Wat Mongo, ey, wat ein scheiß Name. Wie Blackburn, auch ein scheiß Name. Alles klar. Da würde ich mal sagen, höchste Rhein und bis zum nächsten Mal. Tschö, tschö.